Server down, Digga, hier, da, sind die Server, weiß ich, da, da oben, ganz oben in der Ecke, current status offline, hier siehst du es doch, da, wo meine Maus ist, da, da seht ihr es, und im Titel Sonderwartung, es steht im Titel, es steht unter mir und es steht bei euch oben rechts auf dem Bildschirm, ob das Server gerade offline ist, mein Tool läuft, für die, die es nicht lesen können, ne, äh, ich mach einfach so, dann ist das, glaub ich, kein Problem, und, könnt ihr das erkennen, ich weiß nicht, ist eigentlich Wartung, ich, ich bin überlegen, ist eigentlich gerade, ist eigentlich gerade Wartung, ich weiß es nicht, könnt, wisst ihr, was eine Wartung ist, vielleicht, ähm, ich weiß es nicht.